Fishing Planet Freunde und Willkommen zu Part 12. Natürlich gehen wir jetzt wieder Nacht angeln. Und werden dann weiter Fischer ärgern. Auch bei der Extremhitze. So, zack. Na los. Boah, ist das schon gebrochen. Ach ne, schon wieder so ein kleiner Loch. Ta 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 taaa! Ta 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 ta. 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 Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So... ... 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 Ich habe noch eine Option, die mir hier angehen. Vielen Dank. Ah, hier vorne gehe ich jetzt hin. Jetzt holen wir uns die Angel Nummer 3. Okay. Fire! Ah! Ah! Ha! Tada! Wieder einer gefangen. Da! 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 Ich ziehe euch! Hahaha! So, ohne Zeit, das war dann. Jetzt sei es das Warten. Da! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Aha, wieder einer. Da-da-da... Zack, haben wir die Route wieder ausgeworfen. So, dann hören wir jetzt hier auch mal kurz wieder auf und machen später weiter.